Es geht allein um Gier, Geld, Macht und Kontrolle einiger weniger. Es ist nicht normal, dass eins von 83 Kindern autistisch ist. 1970 war es nur eins von 10.000. Man sieht hier die ganzen Unkräuter und kein Getreide. Hier sollten überall Sojabohnen wachsen, aber die Konkurrenz durch die Unkräuter ist einfach zu groß. In vielen Gebieten weltweit sind die Unkräuter, welche mit Roundup gespritzt wurden, resistent geworden. Und die Bauern wissen nicht weiter. Durch die Umstellung auf biodynamische Landwirtschaft konnten wir den Boden heilen und somit auch die Pflanzen und die Menschen. Wenn wir hier den größten biologisch dynamischen Markt außerhalb Europas, Amerikas oder Japans in irgendeinem Entwicklungsland aufbauen konnten, dann könnte man das auch in der Türkei, in Südafrika und in Brasilien. Eigentlich sollte man sich den besten Anzug anziehen, wenn wir auf den Acker gehen, weil man muss Ehrfurcht vor dem Boden haben, denn er ist unsere Lebensgrundlage. Die Hoffnung besteht darin, dass immer mehr Menschen erkennen, welchen Schaden wir dem Land zugefügt haben. Nur dann können wir es schaffen, die Natur und das Land wiederherzustellen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020